Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute mit der Vorschau, mit der Prognose für UFC 259. Lasst gerne einen Daumen nach oben bei YouTube da oder eine Bewertung bei iTunes. Heute sprechen wir über die drei Titelkämpfe plus Alexander Rakic vs. Thiago Santos plus Islam Macherchev vs. Drew Dober. Fangen wir beim Main Event an. Adesanya vs. Jan Blachowicz. Und das ist ein sehr spannender Kampf. Denn hier geht es nicht darum, wer der Bessere ist, denn der eine ist Champion und der andere ebenfalls. Beide sind Champions. Hier geht es darum, wer kann seine Stärken am effektivsten nutzen, wer kennt seine eigenen Stärken am besten. Und da gehe ich aktuell davon aus, dass die größte Stärke von einem Jan Blachowicz einmal seine größere physische Stärke ist. Das heißt, Blachowicz wiegt ganz natürlich mehr. Er kämpft ja auch in der höheren Gewichtsklasse. Hat auch mehr Wumms als die bisherigen Gegner von Adesanya. Plus dadurch, durch seine stärkere Physis, natürlich auch einen gewissen Vorteil, wenn es um das Grappling, um das Ringen geht. Bedeutet, ich denke, Blachowicz sein Schlüssel zum Erfolg wird einmal sein, Adesanya sehr hart zu treffen. Und aber auch das Ganze mit Takedowns zu kombinieren und diesen Kampf auf den Boden zu bringen. Wir haben bei Adesanya gesehen, als er gegen Derek Brunson gekämpft hat, dass er eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Takedown-Defense hat. Also die Takedown-Defense von einem Israel-Adesanya darf man nicht unterschätzen. Den kriegst du nur sehr schwer auf den Boden. Und gerade weil er so selten auf dem Boden war, gerade weil er nicht so oft zu Boden gebracht worden ist, beziehungsweise kaum, weiß man auch nicht, wie er auf dem Boden reagieren wird, wie stark er dort ist. Und genau das ist im Endeffekt Jan Blachowicz sein Schlüssel zum Erfolg. Takedowns plus harte Treffer landen. Die Frage ist natürlich, schafft er es, gegen Adesanya harte Treffer zu landen? Denn eins ist klar, auch Paolo Costa hätte mit harten Treffern diesen Kampf gewinnen können, auch Romero. Aber beide haben es nicht geschafft, gegen Adesanya anzukommen. Warum? Weil Adesanyas Fight-IQ wahnsinnig stark ist, plus Adesanya nun mal einer der Top-3-Striker in der gesamten UFC ist. Bedeutet, Adesanyas Striking ist in meinen Augen besser als das Striking von Jan Blachowicz. Auf der anderen Seite schaue ich mir Adesanya gegen Gaslum an. Und Gaslum hat ein sehr, sehr hölzernes Boxen, sage ich mal. Wenn man Gaslum gegen Adesanya sich anschaut, da sieht man, der boxt auch sehr rustikal. Er konnte aber Adesanya sehr stark treffen und sehr gut treffen, trotz seiner geringeren Reichweite, trotz des Faktes, dass er kleiner ist. Und wenn Blachowicz es schafft, Adesanya so zu treffen, wie Gaslum Adesanya getroffen hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Blachowicz das Ding vorzeitig beendet. Es ist immer riskant, eine Gewichtsklasse hochzugehen, um sich dort den Gürtel zu schnappen. Bei Henry Cejudo hat das geklappt. Bei Daniel Cormier hat das auch geklappt. Bei Conor McGregor hat das auch geklappt. Deshalb schauen wir mal, wie es ausgehen wird. Ich persönlich glaube, dass Adesanya sein Fight-IQ zu stark ist, dass er zu intelligent ist, um diesen Kampf zu verlieren. Amanda Nunes gegen Megan Anderson wird ein ganz eindeutiges Ding. Ich denke nicht, dass das ein knapper Kampf wird. Ich denke auch nicht, dass das ein spannender Kampf wird. Amanda Nunes wird das Ding reißen. Viel spannender wird das schon, der Fight zwischen Piotr Jan und Elgevin Sterling. Das ist ein Fight, der absolut Sinn ergibt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir hier in meinen Augen ein relativ klassisches Striker vs. Grappler haben. Wir haben in Piotr Jan einen der besten Boxer in der UFC, der auch sehr, sehr häufig unterschätzt wird immer noch. Und mit Elgevin Sterling haben wir einen sehr unorthodoxen Kämpfer, sehr unkonventioneller Kampfstil, plus aber auch sehr starkes Ring. Elgevin Sterling kann richtig, richtig gut ringen. Und ja, Piotr Jan ist verdient auf dieser Position, wo er ist. Piotr Jan ist verdient der Champion, aber gegen wen hat er denn so gewonnen? Gegen John Dodson im Stand, gegen Uriah Faber im Stand und auch gegen ein Jose Aldo im Stand. Ich weiß nicht, ob Piotr Jan mit dem Ringen und diesem unkonventionellen Stil von Elgevin Sterling klarkommt. Und genau deshalb denke ich auch, dass Elgevin Sterling tatsächlich diesen Kampf machen wird. Ich denke, Elgevin Sterling wird seine Vorteile nutzen, seinen Reichweitenvorteil, seinen Größenvorteil. Plus Elgevin Sterling wird seinen Ring nutzen, das ist ebenfalls sein Schlüssel zum Erfolg. Jan ist einer der besten Boxer, wie gesagt, in der UFC, aber dort wird es am Ende des Tages vermutlich nicht reichen. Dort wird Elgevin Sterling der neue Champion im Bantamweight. Wir haben einen sehr spannenden Fight zwischen Thiago Santos und Alexander Rakic. Ich denke, mit einem Sieg gegenüber Santos wird sich Alexander Rakic einen Titelkampf verdienen. Ich denke, er wird der nächste Gegner sein für den Sieger aus Blachowicz vs. Adesanya. Es sei denn natürlich, das wird ein total spannender Fight. Wir hatten das im Flyweight. Alle haben gesagt, Cody Garbrandt kriegt den Sieger aus Figueredo vs. Moreno. Und in der letzten Episode von dem We Love MMA Podcast habt ihr ja mitbekommen, Figueredo und Moreno kriegen ihr Rematch, einfach weil dieser Kampf zu spannend war. Aber, wenn dieser Kampf ganz normal abläuft, der eine eindeutig gewinnt, dann ist der Sieger aus Santos vs. Rakic vermutlich der nächste an der Reihe. Oder Glover Teixeira, den dürfen wir nicht vergessen. Den vergessen wir leider immer. Glover Teixeira hat sich auch einen Titelkampf verdient. Den sollte er bekommen, denn er wird nicht jünger. Er ist schon relativ ordentlich alt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn man da doch auch in Glover Teixeira seinen Titelkampf gibt. Komplizierte Situation im Light Heavyweight. Dieses Champ vs. Champ Ding macht das Ganze im Light Heavyweight relativ kompliziert. Aber wir haben hier im Light Heavyweight eben einen super tollen Titelkontender-Fight zwischen Santos und Rakic. Santos hat mehr Wumms im Stand, denke ich. Auf der anderen Seite hat Rakic das bessere Wrestling. Das hat er gegen Anthony Smith gezeigt. Und vor allem mit diesem Wrestling wird er sehr, sehr gut gegen Santos ankommen können. Weshalb ich auch glaube, dass Alexander Rakic diesen Kampf durch eine Decision gewinnen wird. Dann haben wir ebenfalls Islam Makhachev vs. Drew Dober. Drew Dober kennt einige von seinem Knockout-Sieg gegen Nazareth Hakparast. Islam Makhachev kennt sehr, sehr viele. Das wird ein sehr toller Fight. Auf den freue ich mich. Stilistisch sehr, sehr spannend, weil Drew Dober sehr, sehr sharp im Stand ist und gut ringen kann. Und Makhachev hat auch gegen Arman Serukyan zum Beispiel ein sehr tolles Ring gezeigt. Das heißt, wir dürfen uns freuen. Auf eine tolle Maincard in den Prelimps haben wir einen Dominik Cruz, der kämpft. Also, Leute, UFC 259 wird ein richtig, richtig geiles Event. Das Ganze geht Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr auf der Zone los. Und den Link für einen gratis Monat bei der Zone findet ihr in der Instagram-Story von WeLoveMMA. Das heißt, schaut es euch auf jeden Fall an. Folgt uns. Folgt WeLoveMMA bei Instagram. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß bei UFC 259. Ciao.